Ich bin zum dritten Mal hier. Vielleicht kennt ihr ja das, oder? Wieso bin ich zum dritten Mal hier und kenne ja schon alles? Aber nein, ich bin heute irgendwie aufgewacht und habe sensationelle Erkenntnisse, was ich natürlich bei Ascendiv immer liebe. Es hat tolle Leute, obwohl ich zwar erst einig denke, was sind das für Leute? Okay, offen sein, spannend. Man kann neue Möglichkeiten schliessen. Mir ist 20 runtergefallen, was ich für ein Ziel habe in meinem Leben, in meinem Beruf. Nämlich nicht nur Spass haben, sondern ich möchte berühmt sein und ich möchte ein moderschöner Mailand haben. Ah, ähm, 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 was denn noch? Es ist einfach, ja, und auch, Sonja ist gerade ähnlich gewesen zu mir. Du weisst ja, dass es nicht mein Perfektonismus ist, sondern meine Arroganis-Demo, oder auch Angst. Also, einfach wieder mal sehr viel gelernt. Zwei Tage voller Spass, Genuss und Lerneffekt.